Wie Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch das Leben selbst. Ja, größere, bessere, stärkere Maschinen überbrücken können und in unsere Gewalt nehmen können. Und ja, wir sind mittendrin. Wir haben schon einen kleinen Kampf gehabt und leider verloren, da ganz viele Maschinen von allen Ecken gekommen sind und die haben uns das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Ja, ich würde sagen, fackeln wir nicht lange herum, starten wir direkt und sammeln erstmal ein bisschen für den Medizinbeutel. So, schauen wir mal. So, hier ist ein Wächter. Das war ein sehr guter Schlag. Okay, hier müssen wir aufpassen. So, das war ein bisschen knapp. Ich komme hier raus. So. Schauen wir mal. Hier müssen noch irgendwo Maschinen sein. Einer ist da oben. Einer ist hier. Können wir ihn überbrücken? Können wir ihn überbrücken? Okay, schnell weg hier. Ich glaube, das war die Alarmanlage. Zumindest hat sich das so angehört. So, da kommt ein normaler Wächter. Den könnte man eigentlich kontrollieren. Und das machen wir auch. Zack. Jetzt ist er in unserer Gewalt. Gut. Gut. Ja, schauen wir mal, wo hier noch etwa Maschinen sind. Äh, da oben. Wäre cool, wenn wir ihn überraschen könnten. Wo lerne ich, wie man dich überbrückt? Ich glaube, ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Ich glaube, die Maschine ist viel zu weit weg. Ich glaube, die Maschine ist viel zu weit weg. Ich glaube, nicht da oben weg. so den haben wir an der leine jetzt können wir den angreifen so 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 Ui, ui, ui. Jetzt bin ich hier runtergestürzt. Ja. Jawohl. Geschafft. Der Verwüster. Geil. Oh. Warum habe ich die Kanone erst jetzt? Das ist immer so. Immer kriege ich es erst später. Gut. Ja, wir sind auf jeden Fall definitiv viel, viel weiter gekommen als vorher. So, da müssen wir hin. Das Glück ist mir heute. Genau, die Verwüsterkanone nehme ich definitiv mit. Die wird uns auf jeden Fall noch eine Hilfe werden. Ja. So, dann kippt das hier noch auf. Jawohl. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiter verfahren. Oh. Und zack. Haha. Ja, die Verwüsterkanone ist doch durchaus sehr starr. Okay, schauen wir erst mal, wie wir da hochkommen. Ich weiß nicht, ob... Oh. Das war nix. Können wir das noch aufheben? Ja. Gott sei Dank. Okay. Wir müssen leider ein bisschen so im Umweg laufen. Gut. Ja. Ich bin längst weg. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen. Sieht erst mal auf diesem Weg... ...an dieser Stelle nicht so aus. Äh, ja. Einfach hochgehen kann ich auch nicht. Wahrscheinlich muss ich springen oder so. Legen wir das Ding erst mal hier hin. Ich schau mich erst mal um. Irgendwie muss es doch klappen. Okay, so komm ich nicht nach oben. Das muss doch irgendwie hier nach oben gehen. Dann dort drüber. Hier habe ich noch etwas zum Einsammeln. Auf jeden Fall sehr, sehr gut für unsere Gesundheit. Damit wir uns wieder aufladen können. Ja. Aha. Wahrscheinlich müssen wir da rüber. Und dann da abspringen. Soweit meine Vermutung. Natürlich müssen wir erst mal da hinkommen. Hauptsache ich habe eine Herde entdeckt, obwohl hier keine Herde ist. Aber okay. Passt schon. Okay. So. Da ist die Kanone. Wie komm ich da rüber? Wahrscheinlich müssen wir wieder... So. Also. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Aha. Wahrscheinlich hier. So. Okidoki. Machen wir das. Ja, so wird das auch sein. Perfekt. Gut. Dann nehmen wir hier die Vorratskiste mit. Jawohl. So muss das auch funktionieren. Oder auch nicht. Doch. Hier ist das. Ah. Ich bin so blind. Okidoki. Okidoki. Die hat sich doch gerade hier irgendwo hingelegt. Da. Ich hoffe, dass wir das gleich problemlos nehmen können. Ich glaube, jetzt wird es richtig heftig. Das wird gehen. Und jetzt? Ok. Wahrscheinlich muss ich da oben bleiben. Ah, super. Ja, aber ich nehme lieber die Kanone jetzt doch lieber mit. Und wer weiß, was da gleich passiert. Oder haben wir uns jetzt hier einen Weg freigemacht? Ne, eigentlich gar nicht. Genau. Wir haben die Brücke hergestellt. Also zumindest das Tor. Was heißt das Tor? Die Brücke halt. Das ist ja kein Tor. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ich will die Kanone mitnehmen. Ich will nicht ohne Kanone. So. Hier. Hier ist es schon mal richtig. Ha. Lange Geburt. Geburt. Hoffentlich habe ich das nicht umsonst mitgenommen. Jetzt sollen wir hier noch was machen. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Oder gibt es hier mehrere Stellen, die ich hier... Hier gibt es hier mehrere Stellen, die man hier behandeln muss. Wahrscheinlich. Oder muss man hier das andere Ding hier abschießen? Nee, das funktioniert so nicht. Ah, doch. Mit einem Schlag. Nichts! Und wie ist es? Okay. Also, wenn ich jetzt ein paar Zinnen legeust. Also, ich weiß, wenn es nicht leicht ist. Ja, das ist jetzt die Frage der Fragen. Was muss man machen? Ich weiß nicht, sagt die Karte hier irgendetwas? Bootstätte. RHO. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nichts machen können. Aber wo sollen wir denn weitergehen? Vielleicht geht es irgendwo weiter. Ich kann mir gut vorstellen. Aber warum haben wir uns jetzt die Brücke hier gebaut und alles? Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Ziemlich fragwürdig das Ganze. Was soll ich jetzt hier machen? Die Teile habe ich hier aktiviert. Hier kann ich eh nichts machen. Ne. Hier laufe ich quasi im Kreis. Irgendwo habe ich bestimmt einen Tunnel aufgemacht. Irgendeinen Weg. Aber wo? Wo könnte ich was freigeschaltet haben? Ich lege das Ding nochmal ab. Damit sollte ich es schaffen. Okay. Irgendwie bringt das nichts. Wo könnte ich denn sonst noch hin? Hier hin? Das würde mich, glaube ich, wieder zurückbringen, oder? Ich glaube schon. Hier würde ich gar nicht so weit kommen. Aber hier ist eine Stelle... ...die weiß ist, sage ich mal. Vielleicht muss ich den Weg folgen. Ich weiß es nicht. Ich lasse das Ding mal hier. Okay, das bringt nichts. Ich vermute mal, darüber geht auch nicht. Alter, Verwalter. Wie komme ich denn hier weiter? Also normalerweise, ne? Geht man ja... ...dorthin, wo halt dieser Punkt ist. Und der Punkt war definitiv hier. Aber... Wo ist der Punkt jetzt? Das ist die Preisfrage. Das ist ja seltsam. Also hier komme ich anscheinend nicht weiter. Und wenn, müsste ich da runterspringen? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es die Lösung ist. Wahrscheinlich. Puh. Komm. Wir versuchen es. Ja. Okay. Tot. Das war wohl nichts. Aber ein Versuch war es zumindest wert. Ja, wie sollen wir denn da weiterkommen? Also es ist schon sowieso kurios, dass wir einmal diese Brücke da freigeschaltet haben. Dann gehen wir dorthin. Drücken irgendwas an diesem komischen Lebemaschine-Wesen, sage ich mal. Und irgendwie passiert da nichts. Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Och nö. Die Blut zu einem Herzen. Die Brutstätte läuft also durch... ...das Leben selbst. Jetzt muss ich alles wieder machen, oder wie? Och nö. Och, das ist ja doof. Jetzt muss ich ja echt alles wieder kaputt machen. Ey, wie ärgerlich ist das denn? Oh, das ist ja doof. Echt. Ja, kann man das irgendwie nicht jetzt beschleunigen? Dass ich die Brücke schon irgendwie freischalte? Ah, das ist echt ärgerlich. Damn ärgerlich. Ja, das ist ja doof. Oh oh. So, den überbrücke ich jetzt. So, den überbrücke ich jetzt. So, jetzt eins auf die Nuss. BAM! So. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. So, ich muss jetzt erstmal da hoch. Also irgendwas habe ich noch übersehen. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ob wir... ...durch den Schalter hier... ...hier irgendwas aktivieren können. Ah, das müssen wir nochmal prüfen. Wir müssen erstmal diese Brücke wieder bauen. Okay, erstmal kümmere ich mich um den hier. So. So, das ist klar. Das ist jetzt die Brücke. Ich nehme hier noch was zum Heilen mit. So. Jetzt müssen wir mal darauf achten. Was passiert. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Was? Achso. Lägt noch auf. Ich wundere mich schon. So. Was ist jetzt passiert? Das verstehe ich nämlich noch nicht. Haben wir jetzt hier was gemacht? Ich muss das jetzt kontrollieren. Haben wir hier etwas geändert? Also es sieht nicht so aus, als hätten wir hier irgendwas bewirkt. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Müssen wir die Turbinen zerstören? Sammeln wir erstmal unsere Belohnung ein. Die harte Arbeit, die wir uns hier gemacht haben, die müssen wir natürlich belohnen. Indem wir das alles hier mitnehmen. Oh. Was haben wir gemacht? Ihr wisst bestimmt die Idee schon, aber ich, äh, komm nur nicht drauf. Haben wir hier wieder vielleicht was freigeschaltet? Das kann sein. Ja, doch. Vielleicht haben wir was freigeschaltet. Was? Was hat er denn? Was? Wieso ist es auf einmal so in Zeitlupe? Okay. Vielleicht ist es jetzt doch richtig. Ja, es war richtig. Und wir hätten diese Waffe gar nicht mitnehmen können. Von daher alles gut. Ah, super. Also man muss doch mal die Karte vertrauen. Also hier auf der Karte war ja so ein weißer Kreis oder Viereck, wie man es auch nimmt. Und das war die Missionsstelle, sag ich mal. Gut, ja. In den Bauch dieser riesigen Bestie. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Ja, geil. Endlich sind wir mal weitergekommen hier. Und jetzt verstehe ich, warum die Panzerwanderer hier entdeckt worden sind. Okay, liebe Freunde. Ich würde sagen, dass wir hier eine kleine Rast machen. Und beim nächsten Mal geht es direkt weiter. Ja, es war eine schwere Geburt herauszufinden, wie man hier weiterkommt. Aber ja, ich hätte einfach auf diese Karte vertrauen sollen. Aber wenn man diese Karte wirklich nicht hätte, dann wäre das wirklich fraglich gewesen. Warum aktiviert man etwas und nichts passiert? Also nichts Akustisches oder sowas. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder schlauer geworden. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier direkt weiter. Bei der RHO Brutstätte. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.